Hey, schön, dass ihr da seid. Leute, wir sind heute ordentlich krass unterwegs. Der ganze Rucksack ist voll, mega schwer. Ich denke mal, so bei 22 Kilo bin ich locker. Da ist vielleicht auch das ein oder andere unnötige Gewicht dabei, aber ein bisschen was brauchen wir ja. Wir sind heute im wunderschönen Altena unterwegs und werden heute 10 Kilometer machen. Dann werden wir übernachten und dann geht es weiter mit den nächsten 10 Kilometern. Seid einfach gespannt. Ich bin mega gespannt, was wir alles erleben werden. Ich bin heute nicht allein unterwegs, sondern da vorne ist ein Kumpel von mir, der Hobbs Popolski. Auch einen YouTube-Kanal, verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Der wird das Ganze als Entspannungsvideo aufnehmen hier. Also quasi nur wir, wie während wir wandern, mit schöner Musik unterlegt, schöne Bilder, gute Kamera. Der hat alles da. Da haben wir noch eine Drohne dabei. Das wird mega klasse. So, die ersten Höhenmeter haben wir mittlerweile hinter uns. Das ist noch ganz am Anfang. Ich bin schon ein bisschen außer Atem. So viel Gepäck bin ich natürlich nicht gewohnt. Hier können wir mal live miterleben, wie aufwendig Hobbs Popolskys Produktion in Wirklichkeit sind. Weil die Kamera immer wieder eingesammelt werden muss, nachdem wir an ihr vorbeigelaufen sind. Das ist gar nicht so wenig. Die rote Mütze ist übrigens zur Orientierung da. So kann man das Ganze leichter erkennen, auch in der Ferne und in der Natur selber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir ziehen uns gerade hier diesen Berg hoch. Das ist ganz schön. Anstrengend sage ich euch. Leute, zieht euch das mal rein. Da geht es einfach runter. Einfach so. Hier ist der Weg. Ganz normal. Und da ist Abgrund sein Vater. Und da geht es einfach runter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Erster, der die Kamera nicht holt Da unten, da wo die Häuser sind, da sind wir gestartet Sind quasi in die Richtung über diese Bergkette Und dann jetzt hier über diesen verschlungenen Pfad hier rüber Das Ganze ist nicht mehr nur noch Wandern Ich finde, das geht schon ein bisschen ins Klettern Das hier ist übrigens ein Gipfelkreuz Das erste jetzt auf unserer Tour Eventuell kommen wir zu noch einem Ich glaube ein Engelslay heißt das Das hier ist das Teufelslay Supercool, ich labere noch Scheiß Leute, das war voll anstrengend Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es etwas gefährlich war Wir müssen jetzt hier noch runter Und zwar da Das ist der Weg Schwer jetzt natürlich da eine Optik für zu bekommen Wie steil das ist, ist es steil, steil Ich werde das quasi wieder auf allen Firmen machen Wie ich auch jetzt hier hochgekommen bin Ich halte mich auch die ganze Zeit an diesem Kreuz fest Ich fühle mich einfach sicherer dann Ich denke aber, wir machen jetzt noch kurz ein bisschen Pause Und dann geht es weiter So, weil der Hobbs eben so nett war, mich zu filmen, während ich meinen Rucksack anziehe Krieg dir jetzt einmal gezeigt, wie schön der Hobbs denn dabei aussieht, wenn er seinen Rucksack anzieht Du kannst dich auch drauflegen, wie so eine Schildkröte Vorsichtig, die Kamera, ne? Hopps Hopps Und hopps Ne, mit Schwung nicht, sonst fliege ich hier runter Na, das sieht einigermaßen geschickt aus Man könnte fast glauben Nur für das Video Man könnte fast glauben, wer macht das öfter So, wir machen uns jetzt auf den Abstieg Oder an den Abstieg, heißt das so? Wir machen uns jetzt an den Abstieg da runter Das ist der Weg, den der Hobbs schon öfter gelaufen ist Und wir gehen aber jetzt diesen Weg Den ich, glaube ich, irgendwann mal bis da vorne hochgekommen bin Und dann war es hier zu voll Dann habe ich umgedreht Ich gebe euch wieder die Kopfansicht Das Wetter ist gerade viel besser, als es eigentlich sein sollte Eigentlich hätte es noch regnen sollen und keine Ahnung was So, ich ziehe meinen Rucksack an Ich lege den hier schön aufs Knie Richtig gekonnt Dann einmal rum Und dann das mit den Armen nicht vergessen Die müssen ja auch noch da rein Ist okay Soll ich dir die Kamera abnehmen? Das wäre schon nicht verkehrt, ja Kommen wir schon dran? Hütze, hütze Hast du? Ja Aber wenn ich festhalten kann, dass es echt nicht verkehrt Ja, dann geht's, ne? Guck mal, dann geh du vor und dann nimmst du sie wieder an Junge, die ist ganz schön schwer Wirklich? Ja Warum kannst du nicht auch eine GoPro holen? Ich habe eine Genau, ja, dann gebe ich sie dir an Ja, dann machen wir wieder rückwärts Rückwärts fliegt man wenigstens ordentlich auf die Fresse Wenn man runterfällt Die Felsen sind hier Vor- und Nachteil zugleich Wenn man hier einen hat, der einen richtig festkrallt Dann ist es gut Wenn man allerdings Einen erwischt, der genau in Laufrichtung ist Ist das Ziemlich rutschig Das kann dann auch ein extremer Nachteil sein Zum Glück ist hier einiges an Vegetation noch Vorhanden Boah, Junge Zum Glück ist hier noch einiges an Vegetation vorhanden Da kann man sich auch nochmal ein bisschen dran festhalten Also jeder Ich wette mit dir Beinah jeder würde sagen Dass wir total bescheuert sind Das mit so schweren Rucksäcken zu machen Gib her Also ich habe mit meinem Rucksack Würde ich sagen An die 100 Kilo Was? Ich habe so 15 mehr Hallo 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 Musik Musik So, wir sind jetzt hier bei der Saufenburg, eigentlich, allerdings hat da einer ein U hingemacht, also sind wir bei der Saufenburg und ich habe gesehen, da gibt es einen klimatisierten Weinautomaten, Hobbs mag kein Wein, da ist kein Hopfen drin, aber ich mag Wein eigentlich, wir werden jetzt da hochgehen und Pause machen. Musik 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 wir haben uns guten pausen bierchen gegönnt machen uns jetzt an einer art abstieg um dann wieder aufzusteigen und dann wieder abzusteigen und dann gucken wir dass wir irgendwas zum pennen finden um euch auch mal ein bisschen auf dem laufenden zu halten da oben waren wir eben für die drohnen aufnahmen super wie das gerade hier mit dem himmel aufreißt und so und jetzt sind wir diesen weinberg hier hochgelaufen und machen das jetzt noch weiter wir haben glaube ich jetzt noch eine stunde später oder so ganz schön anstrengend hier berg hoch zu kraxeln so langsam werde ich auch hungrig und erschöpfung macht sich breit kann man jetzt nicht mehr das kann man jetzt nicht mehr verleugnen egal wie hart man tun will so langsam macht sich erschöpfung breit was ist erschöpfung deine mutter ist erschöpft ich weiß dass es nicht unser weg ist aber ich werde die kamera hier in stellen in richtung buch und wir laufen da einmal vorbei sorry leute ich bin mal wieder gebucht ich muss jetzt hier am set mal wieder ein bisschen acten also wir haben mittlerweile ein ruhigeres waldstückchen gefunden was nicht im naturschutzgebiet ist allerdings ist es voll mit hochsitzen alles voll da in sichtkontakt einer da noch einer und da oben noch einer also falls irgendwer da ist der mir erklären kann warum man so viel holz hier hoch schleppt um verkackte hochsitze zu bauen er darf das gerne erklären also rehe zählen kann man auch mit einem hochsitz theoretisch oder ich weiß es nicht hier war auf jeden fall jemand kann da hauptsache es nicht wir werden jetzt doch noch weiter hochlaufen denke ich oder und gucken dass wir da noch was finden wir haben mittlerweile 19 uhr so langsam wird es zeit wow ich habe nach mehreren stunden mal den rucksack aus und ich sag euch das ist ein gefühl von leichtigkeit schau mal wir haben da hinten diese hütte im wald entdeckt so eine alte schaukel die noch dabei hängt eine blaue bank und sowas auf einer kleinen lichtung wir sind uns jetzt nicht ganz sicher ob wir das einfach benutzen dürfen um dort zu übernachten wir sind nicht im naturschutzgebiet ist eigentlich alles gut kann natürlich trotzdem sein dass es jemandem gehört dem das nicht gefällt wenn wir dort übernachten allerdings hätten wir hier auch noch die möglichkeit also hier die stelle hier ist auch gut ist allerdings jetzt auch nicht so weit weg davon von daher wird das sehr wahrscheinlich nicht so viel ausmachen gesehen dort unten geht ein weg lang der geht auch hier an dem grundstück direkt vorbei das heißt sollte jemand kommen sieht er uns direkt ganz offensichtlich und sie wirkt nicht so als wenn wir irgendwas verbotenes tun wollen würden so dann ja also wir sind soweit der ort ist doch jetzt ja relativ offensichtlich deswegen wir sind uns da irgendwie sicherer es ist auf jeden fall jetzt so das hier ist das lager vom hops besteht aus einem moskitonnetz also theoretisch so eine art biwaksack aber halt moskiton jetzt eine bodenplane drunter und da drinnen dann die isomatte plus schlafsack und natürlich ein kissen nicht zu vergessen im dach ist ja schon drüber jetzt haben wir den tisch ein bisschen zur seite geschoben das laub ein bisschen weggekehrt und so haben wir jetzt hier einen schönen platz wo wir uns was zu essen machen können und das ist mein setup dasselbe wie aus dem letzten video die amazonas hängematte dann die miltech billig isomatte einem einschub oben drinnen jetzt der amazonas top gilt das dd kamotab und dann noch ein kissen von den bergfreunden das da muss ich glaube ich gleich noch mal neu machen das ist noch nicht noch nicht perfekt aber an sich ein ganz guter aufbau soll trocken sein heute nacht klar und das ganze dient eigentlich eher mehr nur so ein bisschen zum windschutz und und so und da so eine gewisse routine rein zu bekommen ist das glaube ich auch wirklich nicht verkehrt so die feuerstelle haben wir auf jeden fall entschieden dass wir die nicht benutzen wir machen jetzt hier mit dem trang ja gibt es heute einen eintopf mit mädwurst brühe habe ich dabei eine zwiebel kartoffeln paar bohnen und sowas das wird richtig lecker jetzt wird erstmal vorbereitet so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut, ich würde sagen, ich melde mich vielleicht nochmal aus der Koje, aber ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht. Guten Morgen! Wir haben jetzt 6.15 Uhr und die Vögel sind übelst laut. Die haben quasi pünktlich um 6 ihr Konzert gestartet. Es ist gerade irgendwie die kälteste Zeit des Tages, ich will gar nicht aufstehen. Es war sowieso heute Nacht zwischendurch mal wirklich kalt, oder Hobbs? Ja, es ist nicht. Ach, wir ziehen Nebelschwaden durch den Wald. Und ich habe das Gefühl, irgendwie ist alles feucht. Aber ich stehe jetzt erstmal auf. Raus! Morgensport oder sowas. Keine Ahnung. Ja, das ist ein Haltstuch, was ich auf dem Kopf trage. Ich, Idiot, habe meine Mütze vergessen. Wir haben jetzt erstmal alles gepackt und machen es jetzt von diesem Berg runter. Und gucken, ob wir einen geilen Spot finden, wo es sich richtig gut lohnt, sich einen Kaffee zu machen. Der Rucksack ist wieder proppevoll. Obwohl wir gestern mehrere Dinge verbraucht haben, habe ich den jetzt anscheinend so schlecht gepackt, dass er irgendwie voller ist als gestern, als ich ankam. Dabei habe ich hier definitiv nichts mitgenommen. Versprochen. Da habe ich geschlafen. Sieht man jetzt nichts mehr von, ne? Aber genau so war der Plan. Der Wald hat morgens irgendwie nochmal was extrem Wüstisches. Das war der Plan. Definitiv nicht dafür ausgelegt mit so einem schweren Rucksack. Ich bin am Boden geschliffen. Also Leute, wir haben den perfekten Ort mit der perfekten Aussicht für unser Frühstück entdeckt. Schaut mal. Geil, oder? Das Gute ist, wenn wir uns hier länger aufhalten und der Nebel sich lichtet, wird Stück für Stück immer weiter unsere Fernsicht sichtbar. Das wird klasse. Aber ich weiß nicht, ob wir es so lange aushalten. Es ist immer noch sehr kalt. Wir machen erst mal Kaffee und Eier. So, die Rührung ist fertig. Also Hobbs hat gerade die Drohne starten lassen und soll ich euch mal was geiles zeigen. So, die Rührung ist fertig. Die Sonne versucht es mit aller Kraft, aber schafft es einfach nicht. Da oben, man sieht sie quasi schon. Hier hinter mir, die Bäume sind so ganz leicht im Nebel versunken. Und auch die schaffen es nicht, sichtbar zu werden. Wir sind jetzt quasi wieder auf einem Bergkamm. Und versuchen euch noch ein paar geile Ausblicke klar zu machen. Wenn das Wetter dann endlich besser wird. Und die Sonne sich mal ein bisschen Mühe gibt, diesen leichten Dunstschleier hier mal zu besiegen. Allzu hoch ist er ja nicht. Es fetzt immer mal wieder ein ganz klein bisschen blauer Himmel durch. Also man, ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Hobbs muss gerade die Kamera holen. Wir sind super weit gelaufen, super weit weg von der Kamera. Ich hoffe, sie ist noch da. Aber hier ist so wenig los, quasi gar nichts. Wir haben in der ganzen Zeit, die wir jetzt unterwegs sind, und das sind jetzt, glaube ich, gut 12, 13 Kilometer insgesamt, gestern und heute, haben wir noch nicht eine einzige Person gesehen. Bis auf die Leute an der Burg, die da Wein getrunken haben. Aber das ist natürlich so ein Spot, wo es irgendwie logisch ist, dass da mehr Leute sind. Weil da viele halt nur hinfahren, um zu diesem Spot zu kommen. Hier auf den Wegen noch niemanden gesehen. Hier auf den Wegen noch nicht. Es ist endlich soweit. Die Sonne hat es raus geschafft. Ehrlich. Man merkt es direkt auf der Haut, wie es warm wird. Und ich habe hier das hier entdeckt. Das ist doch, ist das Bushcraft oder kann das weg? Der Tag wird anscheinend ziemlich gut, muss ich sagen. Heute sollen es 17 Grad werden. Wir haben beide noch komplett Thermounterwäsche an, die wir dann wohl irgendwann ausziehen müssen. Dabei sind wir ja theoretisch nur auf dem Weg zum Auto. Vielleicht wird es nicht nötig sein. Vielleicht nicht nötig sein. Vielleicht nicht nötig sein. Wisst ihr, da gehst du so nichts ahnend an dem nebligen Morgen, wo gerade ein bisschen die Sonne rauskommt um die Ecke und dann das. Boom! Ich habe es mir jetzt mal hier oben gemütlich gemacht, damit wir wenigstens noch mal einen Gipfel erstürmt haben heute. Der Tag wird immer besser, Leute. Das ist ein Ausblick hier. Unglaublich. Die Sonne scheint. Hobbes ist gerade noch mal mit der Drohne los. Macht noch ein paar geile Aufnahmen. Nimmt noch eine leichte Timelapse auf, wie die Nebelschwaden durch die Gipfel der Berge ziehen. Hier auf der Seite. Ich bin glücklich heute. Richtig glücklich. In der Natur aufwachen. Dann durch die Natur spazieren. Wandern. Zu sehen, wie der Tag erwacht. Wie alles anfängt zu blühen. Die Blumen gehen auf morgens früh. Die Sonne kommt raus. Der Nebel verzieht sich. Dann kommst du hier um diese Ecke. Also ich für meinen Teil nichts ahnend hier rum. und dann geht es hier auf einmal und dieses Tal öffnet sich uns und es knallt hier diese Aussicht raus. Das ist einfach krank übertrieben. Da hat jemand Spaß mit seinem neuen Spielzeug. Ich zeige euch jetzt noch mal, wo ich hier stehe. Schaut mal, das hier. Da geht es ganz schön steil runter. Aber da seht ihr meinen Schatten. Dann sieht er nicht irgendwie athletisch aus, oder? So würde ich mir das leid, wenn ich manchmal ein bisschen wie so ein 13-Jähriger, weil ich mich über diese Sachen freue. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, das Besondere wertzuschätzen und auch das Alltägliche für besonders zu halten. Das familiar ist mir ganz schön. Wie sich das bei mir immer aussehen, ich danke für mich. Ich denke, warum mir ist es wichtig. Oh, mein Herz steht mir! Ich glaube, dass es schon immer wieder Musik Musik Leute, das war eine der wunderschönsten Wanderungen, Outdoor-Erfahrungen oder sowas, die ich bis jetzt machen durfte. Das war richtig, richtig schön. Das hat unwahrscheinlich gut getan. Ich wollte eigentlich abmoderieren oben auf dem Pavillon, es ist besetzt und ich bin ja schüchtern, deswegen machen wir das jetzt hier. Ich habe eine wunderbare Aussicht aufs Teufelsloch. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das befindet sich dort oben, da ist das Teufelsloch. Da war ich schon mal mit Tami und ihrer Mama und sowas, auch ein sehr interessanter Aufstieg, gar nicht mal so einfach, nicht für Spaziergänger auf jeden Fall. Es war jetzt die Tage super interessant. Ich habe schon ganz viel geredet, ich habe euch dabei gehabt, ich habe eigentlich immer wieder alles gesagt. Es gibt gar nicht so viel, was ich jetzt am Ende sagen kann, außer, dass sich das mega gelohnt hat. Ob das jetzt das Frieren war oder die Anstrengung mit so einem vollen Rucksack oder sonst irgendwas. Ich fühle mich fit und ausgeruht und alles. Also ich bin, keine Ahnung, ich merke die Strapazen der letzten 24 Stunden überhaupt gar nicht. Wir machen uns jetzt gleich an den Abstieg, da müssen wir gucken, dass wir Geld zusammenkratzen für die Parkdingen, sonst müssen wir nämlich noch zur Bank laufen. Und das war es dann. Ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr hier seid, dass ihr da sein wollt, dass ihr hoffentlich allen Bescheid sagt, die ihr kennt, um denen zu sagen, was das für ein mega krasses Video war, das ihr jetzt gerade gesehen habt. Mit so viel atemberaubend, schönen Dingen, das ist, ich sage ja, ich bin ein bisschen Banane, weil ich nicht die Worte habe, die ich gerne hätte, um auszudrücken, wie toll das für mich war. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht, Hops Popolskys Kanal zu abonnieren. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Abonnieren nicht vergessen, macht die Glocke an. Bisschen Support für den Hops. Das sind auch tolle Videos, also technisch einwandfrei, super gute Qualität und alles. Sehr entspannt. Zieht euch rein. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.